Wir sehen noch, echt? Ah, das ist aber sehr nett. Dankeschön. Hey, kann ich euch helfen? Sind wir noch nicht fertig? Nein. Aber ihr wollt doch grad zahlen, oder? Ja. Okay, warte dann. Hey, meins tue ich ganz schnell vor mit dem. Ja. Ja, wäre sehr nice, danke. Hi. So? Ja, das auch. Mini? Doch, doch, zahle ich auch nicht mit. Alles gut, einfach weiter. Doch, doch. Ähm. Ich hab's nur vorgelassen, weil sie nur eine Sache hatten. Sie waren so nett, deswegen möchte ich die Nettigkeit gerne erwidern. Oh mein Gott. Vielen Dank. Sehr gern. Ich muss halt so plexen jetzt. Glückstag. Wahrscheinlich, ja. Herzlichen Dank. Sehr gern, Sie dürfen natürlich einpacken. Ja, klar, gerne. Den krieg ich. Jetzt ist der Job nicht. Danke. Kein Problem. Sehr gut. Tschüss. Nee, passt, danke. Alles gut. Ciao. Hi. Das ist alles gut. Ganz einfach. Danke. Tschüss. Sorry, kann ich kurz vor. Ich hab nur den einen. Boah, sehr nice, danke. Hey, super, dass ihr auf mich gewartet habt. Seid ihr fertig? Ja. Nee. Okay. Hi. Ich zahle das nächste auch gleich. Und eins. Dankeschön. Kein Problem. Ciao. Und, ciao. Tschau. Tschau. Wir haben auch Glück gehabt, sonst muss ich zu spät gekommen. Warte. Tschau. Super. Dann schönen Tag noch. Tschau. Ciao. Hey, sorry, kann ich vielleicht ganz kurz vor? Ich hab nur den hier. Ja. Nice. Dankeschön. Meint ihr, ich könnte kurz vor? Ja. Das wäre nett. Dankeschön. Hi, gibt es für euch eine Party? Ah ja, okay. Okay, nice. Dankeschön. Ich zahle das bar. Braucht ihr den Kassenzettel für euer Festival? Ja. Ob ihr euer Kassenzettel braucht? Ich hab gezahlt. Aber warum? Weil ihr mich vorgelassen habt. Aber, nein, 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 nein. Das können wir nicht machen. Weil wir kriegen das eh von unserem Arbeitgeber alles. Dann macht doch mit, was ihr wollt. Was? Oder braucht ihr den gar nicht, wenn ihr eh nicht gezahlt habt? Doch, also wir reichen das jetzt ein. Und wollen wir dann vielleicht helfvoll austauschen? Ey, nee, alles gut. Dann passt das. Dann macht euch ein schönes Festival. Viel Spaß damit. Okay. Ciao. Ciao, Leute. Nein. Doch, doch. Ihr habt nichts mehr vorgelassen deswegen. Nein. Einfach, einfach weiter. Jetzt ist schon passiert, jetzt ist schon passiert. Pepe kannst du noch scannen. Aber, aber, aber das war's doch noch. Das war schon selber. Nein, nein. Ist okay? Ja. Nein, natürlich nicht. Nein, nein. Soweit kommt's noch. Ich hab euch schon gesehen, wie ihr da so gemacht habt. So. Irgendwas planen. Ja, jetzt wirklich. Alles klar, dann. Schönen Tag noch. Tschüss. 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 Tschüss.